Eigentlich findet mein Beruf immer statt und ich muss immer drüber nachdenken. Und manche gute Ideen kommen auch eben nicht am Schreibtisch oder im Atelier. Und dann gehe ich spazieren und dann fällt mir was ein. Die Kreativität hört einfach nicht auf. Ja, das Boot. Also ich hatte großen Respekt vor den Leuten, die sich sehr gut auskennen mit dem Boot. Also erstens mit dem Film und zweitens auch mit U-Booten an sich. Da gibt es Spezialisten, die wirklich jede Schraube kennen. Also eine große Herausforderung war natürlich, wie löse ich das mit dem Wasser? Also die schwimmen ja in einem riesigen Meer und das habe ich über Projektionen gelöst. Da habe ich das Meer animiert. Das war schon aufwendig. Mein Name ist Eva Humburg. Ich bin Bühnenbildnerin. Ich bin Bühnenbildnerin.